Hallo Leute, mein Name ist Helmut Giesgemeier. Ich bin der erste Vorsitzende und Pipe Major der Derse Highlanders. Wir spielen den schottischen Dudelsack und ich möchte Werbung machen für unser Konzert in diesem Jahr im November am 23. und 24. Wir haben Gastvereine bei uns eingeladen, mit denen wir zusammen spielen werden. Und zwar ist das Blechorchester Musikverein Holdorf, die Tanzwerkstatt Iris Scheding, die Hafenspielerin Susanne Hoffmann und A Cappella Gesang mit den Moorgeistern aus Steinfeld. Unsere Stücke, die wir spielen werden, werdet ihr bestimmt kennen. Und zwar Amazing Grace, Highland Cassidy, Scotland the Brave und ein paar Exoten haben wir auch dabei von der Filmmusik, zum Beispiel der letzte Mujikano. Ich freue mich auf euch und lade euch herzlich ein. Ich freue mich auf euch.